Habt ihr was dagegen, wenn die es aufnehmen? Mach doch! Mach doch! Mach doch! Mach ich doch so oder so schon, aber ich wollte bloß noch mal höflichkeiserweise fragen. Achso, so kommen wir jetzt, ja? So kommt man jetzt. Gestern habe ich bloß nicht gefragt, weil ich zu voll war. So definieren wir das heute. Sag mal, was heißen denn neuerdings die Prozentzeichen der Innamen? Das ist der Ladestatus, wie weit sie sind. Ah, kleiner Kumpel, hallo. Weg, hieß früher Secretly, we are gay. So, dann würde ich sagen, einfach mal hallo und herzlich willkommen YouTube bei Ghost Reagon Online mit dem kleinen Kumpel und... Kumpel! Ich bin auch vorbei, und Diablo, und alle beiden Ficke, und zu... Was geht ab, YouTube? ...und Zuhörern. Was zum Zuhören? Servus. 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 Wir werden gestalkt. So. Also für die, die zuschauen, für mich gleich mal zum Anfang, ich bin schlecht. Ne, ich spiel's zum... Doch, ich bin schlecht, aber ich spiel's zum ersten Mal. Wo ist denn der Kumpel? Hier bin ich. Hier. Da! Wartet mal kurz, ey Leute! Also ich bin der Eurobass, und ich bin gut. Ja. Kleiner Kumpel, hier guck, jetzt hast du hier Scharfschürze vor dem Wind. Eiskalte Zicke, mit der tu ich mich hier die Kugeln wegfangen. Ja. Guck mal, ich tu mich jetzt in Diablo reinbacken. Bleib mal stehen da. Passt mal auf jetzt, komm, ich mach jetzt mal Granatenkill und alle sterben. Guck mal, wir sind eine Person. Wir sind eine Person. Wir sind eins. Danke, dass ich jetzt tot bin. Ja klar. Das ist wieder typisch nett. Was mach ich denn jetzt? Warten, zu respawnen. Ja klar. Das ist bloß Aufwärmphase, das zählt aber nicht. Guck mal, wir sind eins schon wieder. Ernsthaft? Nein, ich will nicht sterben. Weg. Ich hab mal der kleine Kumpel. Ich glaub's, ey, ich hab so'n Glück mit dir. Ja, so, gut. So, los geht's. So, jetzt beginnt ernsthaft alles hier. Komm, komm, komm. Aber meine Frage ist, ist es normal, dass ich euch jetzt die ganze Zeit hier mit solchen komischen Strichen sehe? Ja. Das ist, damit du weißt, wo deine Teammates sind. Ich komm nicht hier drüber. Du musst auf E drücken. Ja. Steht dann noch da. Ducken ist aber auf Steuerung, ne? Du hast hier kein, doch kriechen hast du auf 10, ne? Ja. Ja. So. So, ich bin direkt am Einnehmen schon. Aber Springen an sich gibt's nicht, oder wie? Nein, gibt's nicht. Europas, ich markiere gleich mal den ersten. Ah, ich würde hier oben. Wo besteht irgendein? Oh, wie ich bin getötet. Ah, da ist schon wieder ein Sniper ohne Flaschen. Ja. Ich mag die Map auch nicht. Europas, da wo markiert ist, da stehen zwei Mann. Ja, trotzdem mag ich die Map nicht. Achso, hier wird sogar noch angezeigt, wo ich angeschossen worden bin. Cool. Ja. Ja, schön. SRS-Schütze, du demleer Kunde. Boah. Also das Schlimme finde ich ja eigentlich gerade eher, dass ich nichts anvisieren könnte. Und, ja, achso, wir haben auch sogar eine Frauenquote mit dabei, ne, eiskalte Zicke? Ja. Gut, jetzt haben wir auch mal eine hübsche Stimme gehabt hier im Video. Muss auch mal sein. Man muss auch mal dazusagen. Die eiskalte Zicke macht alles kaputt als Frau. Nein, mach ich nicht. Nein, Zicke habe ich bloß vorhin gesehen. Da hast du trotzdem... Oh, da rusht ja einer durch. Du, Drecksack, komm ran, du. Nein, 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 nein. Hab dich. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir, komm raus hier. Ach, scheiße, war getarnt der Lappen. Bin nicht gesehen. Oh, Europas, den habe ich gerade hier... Ach, Kumpel hat den schon. Ja, ich habe eine Karte niedergestreckt, ja. Kumpel, danke für die 50 Punkte. Bitteschön. Ähm, Frage, kann ich hier... Ach so, kann ich hier irgendwas einnehmen oder so, wenn das hier... Ja, 10. Du hast da deine Punkte auf der Karte. Nee, ich wollte wissen, ob ich da irgendwas... Ich meinte, ob ich hier irgendwas von den Kunden aufheben kann. Nö. Nee, das kannst du nicht. Das ist hier nicht mal... Das ist kein Call of Duty. Och. Zum Glück. Ja, reiß ich da nicht mehr her. Ach, schon wieder... Die Zicke. Die Zicke rennt schon wieder mit. Sei doch froh. Hm. Dass dir überhaupt mal eine Frau nachher rennt. Ja, Kumpel. Alter, mein Freund. Du spielst auf jahres dünnem Eis. Der war gut. Oh Mann, ey. Ach, Panta ist auch schon wieder da. Ja, ja klar. War alleine langweilig, oder was? Ja, alleine. Mit dem Lollipot und dem Maxi unten. Was auf, dort oben ist, Endo. Ja. Und meine Granate. Scheiße. Ah, von hinten werde ich angeschossen hier. Ich habe eine Granate weggeholt. Ja, ach so, meine Frage. Fühlt sich überhaupt mein Leben wieder auf, ja, ne? Ja, aber sehr langsam. Weil oben, oben, oben auf den Dings hockt... Ähm. User joined your channel. Oh, was? Ach so, ich habe bloß noch 10 Leben. Ich habe bloß noch 10 Leben. Ich soll auf dem TeamSpeak sagen, dass du den Server updaten kannst. Oh. Ja, genau. Was kann ich? Hä? Der Server muss geupdatet werden. Ja, das weiß ich doch. Warum machst du das noch nicht? Weil das nicht meine Baustelle ist. Dann gib das weiter. Hab ich schon. Ach so. Ich bin gerade bei meinem Server dabei. Und? Dauert lange? Das ist ein normales TeamSpeak-Server-Update. Oh, ne. Das ist aber schon weitergegeben. Wisst du, was lustig ist? Wenn du von irgendeiner Kante runter springst und dann auf die Leertaste, das sieht aus, als würde es eine Arschbombe machen. Richtig. Ach, willst du mal kurz gucken, ja? Ne, ich läuft einfach nur so nachher. Ich will den Arsch sehen. Na komm, Kleinko. Mit E kommst du rüber. Ja, ich bin ja... Denkst du... Nee. Ah, ich würde da oben drauf stehen bleiben, der Mensch. Weil ich lieg mit Absicht hier, weil dann kann ich nämlich markieren. Ja. Aber ich sehe, da ist frei. Das heißt... Europass 2. Ach nee, 82 heißt das. Europass 2. Mhm. So, Jungs, jetzt bricht ihr auf die Fresse. So, da hinten stand einer. Den habe ich mal markiert. Ah, Attacke. Achso, kleiner Kumpel, für dich zur Info. Selbst die Granaten aus dem eignen. So, Schabronz. Der Niri Go, die Bitsche schreien. Wow. Oh, jetzt habe ich doch wieder so jemanden auf meinem Video drauf. So, liebe Leute, das ist Niri Go mit seinen Schabronz. Der hat mich immer mobbt hier am TS. Wir sind hier im Zockerraum. Trotzdem mobbst du mich. Das hat uns an der Tatsache nichts. Ich mob dich gar nicht. Ich frage mich immer, was das Lustige an deinem Bild sein soll. Das ist mir heute wieder aufgefallen. Ich habe heute wieder dein Bild angeguckt und überlegt, was soll da dran lustig sein. Da habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht schwitzig, das Bild. Jetzt wollt ihr das wissen. Europas, das machst du denn für lustige Dinge hier? Ich tue gerade... Hast du deinen Bubble an oder was? Ja. Meine Kuchenblock. Ja, was auf oben. Da sitzt einer. Da krabbelt nach vorne. Oh! Ah Mist, ich hatte es erwischt. Da kann ich gerade wegholen. Aber der hat sich ein bisschen verkrochen. Ja, genau. Das ist eigentlich... Das Schlimme ist, ich habe ja bloß eh eine Waffe. Ich kann ja noch nicht mal wechseln. Angela Merkel ist so beliebt. Wegen ihren hervorragenden Beliebtheitswerten. Das ist gut, ne? Kennt ihr nicht der Postillon? Nö. Die Seite? Nö. Das ist was Perfektes für den Europas. Das ist so einfach sein Humor. Ich schicke es auch mal dem lieben blauen Panther. Ist das nicht so eine Satire-Seite? Ja, genau. Und dann so, Sensation. Boris Becker geht an Mikrofon vorbei, ohne etwas zu sagen. Das ist echt eine Sensation, ja. Europas, ich packe mal das Orakel ein. Wir sehen, ob das hilft. Ich habe noch einen weggeholt hier. Oh, ich habe einen Overkill weggebombt. Einfach mal so. Na. Auf meine Frage, kann man den seine Munition ja aufheben eigentlich. Das Bundesregierung übt dezernte Kritik an US-Nuklearschlag gegen Deutschland. Ah, Brutzler, ey. Der Brutzler vom Wiesenhof schon wieder. Mann, ist das nervös. Sind wir noch beim Versuch C einzunehmen? Ja. Und bei wo liegst du denn? Du hast gerade so hinter uns rumgelenkt. Ja, unter dem Lkw. Anhänger. Oh, Alter, der geht mir auf den Sack bei seinem Brutzler. Kack da. Arschkeks. Tiffani schreibt mir gerade allein schlafen ist sinnlos und Bettverschwendung. Na, Pascal, was heißt das? Ja, das würde jetzt mir symbolisieren. Rechner aus. Ab ins Auto. Hinfahren. Und heute hat die Waldfelsing. Das Problem ist, ich habe sie kennengelernt über... Man glaubt es kaum. Ich habe sie in Facebook angeschrieben. Ja, pipapo. Ähm. Pipapo Miriko, Mensch. Nicht sehr... Ja, das darf ich endlich wieder sagen. Das ist jetzt so schön, dass ich das wieder sagen darf. Warum darfst du das denn nicht sagen? Ja, die ist nicht so belästigt. Vor allem über Facebook angeschrieben. Ja. Aber es auch. Na ja, mein Gott, dann ist das so. Ich habe sie angeschrieben mit Hey. Au. Richtig gut. Das ist ja mal... Top Spruch. Top Abberspruch Nummer 1. Aber sie hat mit Hey geantwortet. Und dann habe ich angefangen einfach meine... Ja. ...meinen Charme spielen zu lassen. Mit Hey beginnen die größten lieben, ne? Sie hat zurückgehate, ne? Sie hat zurückgehate, ja. Ey, Europas, hier komm, hier kriegst du Orakel. Und dann ging's dann los. Ja, hab's schon gesehen. Ne? Von wegen schreiben und so. Warte Europas, ich feier da mal eine Granate. Sie hat in Facebook angezeigt, dass es 17 ist. Und 17 und 18 ist ja voll in Ordnung, ne? Jetzt fand ich dann raus. Die ist in Möglichkeit 16. Da 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 da. Da 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 da. Ey, da hinten steht ja einer. Hey, da steht einer, ja? Da hinten stand einer, ja. Den hab ich ja markiert. Komm, ich mach's jetzt mal eine Granate hin. Bist ja kein Unmensch, ja? Boah. Europas, da wo ich grad gestorben bin, da stehen sechs Mann. Da stand gerade ein komplettes Team. Und wo stehst du? Bist du gestorben? Ich bin gestorben gerade, ja. Das sieht man da oben rechts da, also. Alter, was ist denn hier grad runtergefallen? Irgendwas hat hier grad Barts gemacht. Ah, hinter mir zu spät, ja. Scheiße. Ey, Europas? Ja? Ich lese dir mal kurz den Chatverlauf von mir und Chris von Keymania vor. Mach mal. Weil, ähm, ich hab mir heute Black Flag geholt. Das hab ich gesehen, ja. Und, ähm, jedenfalls hat er mir dann die Limited Edition geschickt, weil ich halt ein guter Kunde von ihm bin. Obwohl ich nur die normale bezahlt hab. Für Uplay. Und, äh, installier die so und ich mach's an. Auf einmal ist es russisch. Und ich sag dann zu ihm, ja, wie, das ist russisch. Und dann meint er, war's echt? Und da hab ich gemeint, ja, es geht auch nicht zu patchen, weil, äh, Region Lock drin ist. Und dann kommt von ihm nur so, diese Hurensöhne. Und dann ging's weiter. Ja, da haben sie ihn auch verarscht, ne? Und dann ging's weiter so, äh, ich mach dir folgendes Angebot. Ich geb dir Black Flag als Steam Key und dann hast du's in Deutsch. Und dann hast du mir einfach dann, zwei Sekunden später, einfach neu in Steam geschickt. Ja, ist doch top. Oder, aber ich hätt' ich mit dir nicht gemacht, wenn ich dich nicht so gut kennen würde. So, jetzt hab ich jetzt schon den zweiten eliminiert. Der ist wirklich, der ist so cool drauf, der Typ. Aber ich hab mich so weggeschmissen, wo von ihm kommt, diese Hurensöhne. Einfach so ganz plump. Voll trocken, ne? Der Typ ist krass. Warum kannst du den nicht mal hier auf dem TS holen? Hab ich doch schon. Ja, hallo. Ist er denn hier, hallo? Chris, Chris, hallo? Ja, heute sind ich da. Ich bin nicht. Wie heißt der denn, in-game? Europass, der ist tot, der eine dort. Aber hinter dir ist einer. Weiß er. Heißt der, heißt der hier auch? Äh... Wenn der mal hier ist, heißt er hier auch Chris, ja. Oder Doctor Impact. Da steht aber Chris Kemenia hinter. Ach so, der hat dann den Sponsor hinten dran, dieses... Dollarzeichen, was ich mir jetzt auch mal dran mache. Mhm. Oh, ich glaube, dass ich meine eigene Granatik benutze. Sehr clever. Bist du jetzt auch mal ein Sponsor oder was? Ich bin jetzt Sponsor, ja. Ja, cool. Ich geh dann einmal Battlefield 4 zum Mitnehmen. Boah! Ach so, Battlefield 4. Alter, folgt ein Kumpel bei mir. Immer wenn der bei mir ist, talkt der irgendwie nur. Äh... Dollarkumpel, ne? Ich geh dann beim PC und spiel einfach Battlefield 4. Ich sag zu ihm, ey, ich hab Battlefield 4 Single Player nicht durch. Ich hab nicht meine 5 Minuten, ich bin einfach nur gut drauf. Ich hab ne, ich hab ne Freundin, die mit mir zusammen Geschichte raucht. Aber das coole ist ja, na, das kann man dann alles nochmal wieder anhören auf Youtube. Die ganze Geschichte von vorne bis hinten. Ja, aber wieso nimmst du denn hier auf? Scheiße! Hä? Wieso nimmst du denn hier auf? Warum denn nicht? Hm... Eurobars? Ja? Das find ich gar nicht so schön, dass ich hier in einem Video drin bin. Tja, das weiß auch jeder, dass ihr ein Video gemacht habt. Bis auf du halt. Ne, stopp! Ne, ne, stopp! Stopp! Lass mich ganz kurz nochmal in die Tiefen der Teamspeak-Regeln eintauchen. Die Teamspeak-Regeln besagen, in normalen Channeln ist das Aufnehmen niev… Arlaub! Ne, haha, ich hab's ihm gestattet. Hast du's ihm gestattet? Warum hast du da nicht hier net hier drüber geschriben? Warte, warte, warte. Achja, uh Niriko… Und nur mal, um den Meckern gleich mal auszuschalten, ich hab vorhin noch gesagt… oh, jetzt habe ich auch nur den Niriko mit auf Video. stimmts ich habe ich habe gesagt noch hier ich habe ja 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 mit dem aufnahme was nimmst du auf naja ghost recon online richtig war das jetzt ist es jetzt gut wo ich jetzt bin wo bist du denn achten keine ahnung das ist doch geht doch noch ich habe sechs eliminiert und fünf mal gestorben ich habe eine plus kd erstmals 3d drucker mit 3d drucker das ist auch die ablosen bei dir los mensch ja 1 10 ich weiß nicht war ist nicht meine runde falsch gemacht jetzt kommt die richtige seite richtig so ich folge mal meine eiskalten zicke aber jetzt richtig gut offensichtlich endlich hat er wieder eine frau an seiner seite ja nicht nur das mir ging es ja darum dass mit der lena hatte ich am endeffekt nicht mehr so viel gemeinsam gehabt habe ich von anfang an eigentlich weniger wenn ich mir jetzt angucken wie es mir mit tiffany geht ist amerikanerin alter du bist also sozusagen die wahrscheinlichkeit dass ihr euch trefft ist eigentlich relativ gering oder wie sie war die ganze zeit bei mir okay die ist amerikanerin also ach so sie ist sie wollen aber nicht mehr dort oder was ich will doch niemals amerikanerin holen genau so fünf gegen willie angesagt wie vorher auch schon nee du hast zumindest noch ein bild was angucken kannst dabei was du kennst hieß das nicht irgendwie bei tiffany ane frühstück bei tiffany europa hat sich immer scharfschürzen markiert titel pass auf die eiskalte zicke ich hab dich gerecht eiskalte zicke dankeschön bitteschön damit man mal wieder muss ich mich ja beliebt machen damit man mal wieder auf den thema von diesem spiel zurückkommt das wäre angebracht soll ich euch mal ein witz erzählen naja wer wird sich jetzt aber mir fällt gerade keiner an spontan heiße sag mal schießt die so raus fragt mann packt auf dem behindertenparkplatz kommt die politesse und fragt ja guten tag der herr was haben sie denn für eine behinderung sagt der mann tourette du fotze das ist ja gemein wenn der nicht gut war naja ich habe gerade stoßtruppqualifikationen beendet ist das gut das ist immer gut im ersten spiel gut ab da habe ich mich ein bisschen bekloppt eingestellt ich weiß gar nicht was man dazu machen muss scheißgranate ja habe ich mir auch so gedacht du hast du gerade hinter mir was wir verlieren c weiße da da pübel gerade einer ich gehe mal auf den schimmelplatz so ich folge der eiskalten zicke wieder wenn sie auf mich wort ja ich bin hinter dir kommen wir sind der stoßtruppe müssen zusammenarbeiten ich bin nicht auf youtube mit meiner lebensgeschichte alter ja auch mit tiffany request for tiffany kannst du ja mal grüßen soll ich mal grüßen sie würde deine videos eh nicht gucken deswegen vom europass hat sie schon ein video gesehen das war das erste was ich ihr gezeigt habe korrekt da habe ich ihr gezeigt guck mal was mit dem himmel voll scheiße die videos ich habe deine tippe ich habe deine mörder gerecht ich kann alle zwei auf dem haufen ich habe sie nicht okay das ist die ganze zeit so keine ahnung ihr habt mich dazu ange angehaucht so der ding ist hier oben der u2 hau mich blau da steht ob es die ganze zeit dort oben und macht eigentlich nichts kann man halt mal in ruhe black flag spielen nö so wo bist du eiskalte zicke ich frage gerade dort wo du vor uns warst dass ich raus zum ersten mal in meinem zimmer schische na wo ist denn hier rechts europass eiskalte zicke gut du kommst gerade in meine richtung hier ist erstmal der eingang pass auf der eingang ist relativ frei erstmal ne das sind drei mann ich rede mit der zicke bei uns wir sind auf der anderen seite vom eingang ach ja bei euch ist keine action weil die kommen alle bei uns raus gut alles geile ticke ist ungefähr bis zum dritten vor ich halte euch den rücken frei was ich muss mir ein paar schwerter kaufen schwer das jetzt schwer das jetzt ok warte dort lass mich erstmal vorkommen hast du sicher neuer gegenstand gekauft gut jetzt kommen wir weiter vor ne naja fenster habe ich im blick also eben lieben die runden besser irgendwie also fenster ist safe hier du kannst bis zur tür kommen ich geh aber hier hinten raus auf der anderen seite kommt einer durchs fenster gerade pass auf wenn du raus gehst wer ist denn da gerade gejoint der mcall hast du erwischt wir haben der mcall mit was denn und wo kommen sie bei dir auf der anderen seite ja da war noch eine ich hab dich bloß mit dir meine ich hab dich auch mit dir geprescht alles gut ich geh auf der anderen seite gucken darf ich dich nicht auf bayerisch beziehen der europa ist gerade vor uns den lassen wir mal als hundefutter gehen also hier ist alles frei bisher kommt einer ich hab keine granaten mehr ja wollen wir hochgehen oder wollen wir hinten bleiben eisgeiziger wir bleiben hier unten ich bin noch einnehmen ich hoffe wir mal ich dich unterstützen ich habe mir jetzt so klar dass ich jetzt irgendjemand folge ach wo kommt denn der jetzt her mit seinem schild das hab ich mich auch gefragt ach so ich hab noch gelebt oh na gut bleib ich bloß ach du kannst du eine umschubsen dass er sich nicht mehr bewegen kann oder wie ja das geht auch nur mit dem ollen Schild na gut dann müssen wir besser aufpassen du kannst das auch benutzen ne er ist doch noch Level 1 kann er noch nicht krass du doch erstmal Level 2 ne ich bin schon Level 3 ja aber das musst du dann extra ausrüsten aber das hast du bis jetzt noch nicht frei ne ne so eiskalte Zicke wo bist du ja vorne ja ich bin schon vorne ok ich versuche mich mal zu dir hin zu sprinten kleiner Kumpel rennst du oben lang oder was ne ja ich renne immer oben lang bist du immer mal woanders lang nicht immer den gleichen Weg wenn wir hier da ich seh dich noch nicht eiskalte Zicke dass man immer so einen weiten Wege laufen muss ey das ist na sei froh im Warnkrieg kannst du nirgendwo mehr hin wenn du dort bist scheiße sowas sagt man nicht bist du gerade gestorben? ja boah das gibts nicht alter mit ner F2000 Halloween ich hab den aber gerecht ne ich hab den gerecht schade ich hab den gerade hinterrücks abgeschossen Dicke ich sprente dir mal hinterher mach mal wir laufen den gleichen Weg wie der Eurobasket wartet nicht ah ah Achtung Feind wo denn? da pöbel da rum na dann muss man genaue Koordinaten geben dann den aber ich hinschieße ah ihr seht schon ja Roba ist deine Frau die läuft so schnell ich komm gar nicht hinterher halt ihn mal als Gott halt ihn mal bissl in Deckung jetzt versuchen so pass auf ich renne jetzt um die Ecke rum mal gucken ob was passiert ok ja ja ne das tut ne da geht's auch ne ah Mist da schießt mit der Schrotflinte pass auf da hat jetzt das Schild aufgenommen und kommt jetzt ja ich hab einen Schuss mit der Pistole gemacht danach auf einmal da ich hab einen Schuss mit der Pistole gemacht danach auf einmal da wie Maike so ja ich bin in C drinne äh 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 was ist denn hier los was ist denn hier los wer hinkommt und unterstützt so ein bisschen ne ich lauf gerade Richtung eiskalte Zicke wollen die mich verarschen? ja ja lol zwei stück von links rechts sind das zwei also von mir aus rechts von mir auch raus gewesen ach ich bin noch nicht mehr bei euch von da ja ok irgendeiner ist bei uns drin hier ja was spielt ihr wieder Ghostfreak oder hinter mir kommt einer immer noch immer noch aber die letzte Runde danach irgendwo auf ja dann reicht das auf jeden Fall ja spielt ihr dann Battlefield oder spielt ihr dann nicht mehr wo seid ihr denn jetzt? also ich möchte dann auch schon gerne Battlefield schabieren welches? 4 oder was? hab ich doch noch nicht Mensch immer noch nicht? nein was geht denn bei dir? ja wo seid ihr denn? eventuell Anfang nächsten Monat äh wo ich bin ich bin noch am Anfang ja warte mal kurz ich habe jetzt gerade einen getötet hier drin ist erstmal relativ sauber also ich sehe euch ich sehe euch ich sehe euch alle drei vor mir rumtunen also eure Punkte zumindest sehe ich rumtun so auf der drüben ist einer auf der anderen Seite ja so auf äh Diablo ich bin auch bei dir auf der Treppe steht einer Diablo der kommt grad runter jetzt nicht mehr ich hab ihn tot geschossen ja aber das war's oh wir haben eine Verlängerung gekriegt Verlängerung oh ja weil ich drin bestehe müssen zwei hier drin stehen eigentlich ich muss nachladen ich hab grad gekillt wie ein Irrer hier eure Basis ich bin bei hier falls du mich suchst ich hab grad vier Typen weggesprüht gar nicht wahr einen davon hab ich auch gekriegt weil das war der der mit der Ecke ran wollte oh oh ach immer diese Kämpfe ja was machst du denn sonst ich laufe Gegner von dort und wieder weggesprüht das Schlimme ist man kriegt ja gar keine Granaten mehr wenn man stirbt so B ist so gut wie unser ja man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben ja doch doch wir sind alle hier drinne also das müssen die erstmal hinkriegen siehste gut jetzt ab zu A aber A ist sehr schwer einzunehmen ich hab einen Pass der ist fast down ist down ja Eurobasis kommt bloß um der Ecke zack weg ist er ja und die pro Stunden ich hab hier auch ein fieses MG weißt du oh 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 ich bin angehitet die warten schon auf uns naja pass auf hier kommt noch mehr da um der Ecke ja da pack ich mir jetzt natürlich auch kackendreiß die Snapper ein weil da lohnt sich's auf den Sand zu gehen ja hier lohnt sich's ok der Hund der hat sich dort hingelegt in der Ecke und dachte er kann mich killen aber never ever mit mir ja mein Freund mein Leben ist ziemlich im Arsch was seid'n ihr jetzt in der Nähe von A oh de fuuck ich bin jetzt auf A ich seh' nicht eure Pass ich werd' aber gerade beschossen scheiße ich bin tot ja die sitzt da saß grad oben der Crash 20,7 Mensch so läuft das was hab ich denn für die Dings weiß nicht guck mal ach scheiße ich kann grad nicht gucken ach so ich kann selber gucken cool ja na ist doch auch gut halt positiv ne eiskalter Ticker ich lauf dir wieder hinterher ja ok ich bin dein Flügelmann du musst aufpassen hier tun sie sehr sehr viel snipern ja das hab ich mitgekriegt und mit MGs schießt mich ab ihr Fixer ein Sniper hab ich weg geholt die haben sich auf mich eingeschossen scheiße die quitten alle Europas schon sie sind nur noch zu sechst so weil sie genau wissen die haben verkackt die Jungs was denn bei uns haben sie wieder alle ab oder was ne bei uns nicht wir sind ja mühen was denn ist auf eiskalter Ticker von oben ist er noch hm ach ich find's gut jetzt brauchen wir nicht mehr so weit laufen hey oh da kriegt mich ja noch quatsch falsche Richtung ja aber ich stell mich hier in Europas hey weil ich kann ja durchzielen hä weißt du ich dachte da geht's lang ich renne hier voll in die falsche Richtung hm na wo wirst du komm her da hinten steht einer auf 76 Metern ja bis auf oben bei A3 steht auch einer stirb du Hund ah ich zieh den Sniper da oben ja bei A3 oben in der Tür drin und da ist einer der versteckt sich immer oh nein nein von hinten ah kacke stirb ah Mist jetzt hab ich auf den anderen nicht aufgepasst auf diesen Crush der 2005er Crush da tut sich oben bei diesen A3 verschanzen wenn du rauskommst in diesen großen Areal aber wieso krieg ich denn eigentlich keine Granaten mehr das ist ja schlimm du hast nur drei Stück ich hab gar keine mehr drei Stück noch nicht aber du kriegst aber nach dem Tod auch keine mehr oder was da hast du zu wenig gekauft ach so also ich hab gleich ein ganzes Paket geholt mit 20 Stück so ich dachte das die halten nicht ewig irgendwann ist vorbei scheiße ich hätt nicht rennen dürfen den Paket pass auf du find doch den Bug aus jemand ja er hat dich gerade weg geholt der Typ wir haben vorhin zusammen hab ich den mal PewDiePie gezeigt hm kannst dich ja wegschmeißen bei dem Typ ne ja der ist witzig hallo mein Name ist PewDiePie hallo mein Name ist PewDiePie kann das sein kann das sein schon dass schon jemand bei dem Punkt A ist ja es sind mehrere schon hier ok ich stehe auch grad unten drunter irgendwo alter äh ich würde sagen fürst ellon und der herum aber abgeschossen den könnten so wie sieht es aus bei euch hier oben ich bin dort ok ich versuche grad aufzuräumen aber wir haben gleich ich komm mal hoch damit ich noch wo Punkte kriege ja das war's hab ich noch geschafft hab ich noch geschafft äh so ey ich bin drunter wie gesagt ich bin drunter wie gesagt ey wer schießt denn da noch mit der Kuppe gedesselt so war's das jetzt oder geht's weiter das war's gut dann tschüss mit euch lieber YouTuber tschüss tschüss ja